Die Kunst Die Kunst Die Tessiner Landschaft Die ich im Jahr 1907 zum ersten Mal gründlicher kennenlernte, hat mich stets wie eine vorbestimmte Heimat oder doch wie ein ersehntes Asyl angezogen und empfangen. In vielen meiner Dichtungen ist sie beschrieben, in einigen spielt sie die Hauptrolle und eines meiner Bücher, das Wanderung heißt, ist nichts anderes als ein Lobgesang an die Tessiner Landschaft. Sie ist mir zur Heimat geworden. Und auch die Tessiner liebe ich sehr. Nicht nur ihre Landschaft und ihr Klima. Es hat in den Jahrzehnten, seit ich unter ihnen wohne, Friede und Freundlichkeit zwischen uns geherrscht. Ich habe es oft ausgesprochen. Ein Dichter ist in vielen Beziehungen das anspruchsloseste Wesen der Welt. Aber in anderen Beziehungen wieder verlangt er viel und stirbt lieber, als dass er verzichten würde. Mir zum Beispiel wäre es unmöglich zu leben, ohne dass die Umgebung meinen Sinnen wenigstens ein Minimum an echter Substanz, an wirklichen Bildern böte. In einer modernen Stadt, inmitten von kahler Nutzarchitektur, inmitten von Papierwänden, inmitten von imitiertem Holz, von lauter Ersatz und Täuschung zu leben, wäre mir vollkommen unmöglich. Ich würde da bald eingehen. Hier im Tessin aber finde ich manche Dinge, die nicht nur schön und wohlig anzusehen, sondern auch voll tausendjähriger Tradition und Kultur sind. Der nackte, steinerne Tisch bei der steinernen Bank, unterm Kirschlorbeer oder Buchsbaum, der Krug und die tönerne Schale voll Rotwein im Kastanienschatten, das Brot und der Ziegenkäse dazu, das alles ist zur Zeit des Horats auch nicht anders gewesen als heute.